Jo Leute und Damen und Herren, willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, das ist jetzt die zweite Aufnahme. Zum Glück gibt es halt mehrere Speicherstände. Ich hatte beim letzten Mal vergessen den In-Game-Soundman aufzunehmen. Irgendwie habe ich da nicht drauf geachtet. Frag nicht warum. Ich weiß es nicht. Aber naja, ist ja so. Und ja, wie gesagt, zum Glück gibt es mehrere Speicherstände und ich lösche sie nicht alle. Da hatte ich das auch vorgelesen. Flussraubzüge verfügbar. Eine neue Aktivität ist nun in der Siedlung verfügbar. Sie bringt neue Gebäude, neue Belohnungen und ferne Flüsse, die du und deine Besatzung aus Jomsvikinger erkunden und überfallen könnt mit sich. Außerdem gibt es neue Fertigkeiten zu entdecken und den Fertigkeitenbaum zu erwerben. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Aber vielleicht doch. Ja. Man kann die Quest direkt annehmen. Aber ich hatte beim letzten Mal schon gemacht, dass ich direkt die hier nehme. Okay. Das ging schnell. Da hätte ich die Quest direkt an. Eivor, du und ich mit gezückten Klingen und flammenden Herzen. Wer ist diese Fulke, von der Bassem sprach? Eine Verbündete, Eivor. Eine wichtige Verbündete. Eine heilige Frau, die über Weissagungen und geheimes Wissen verfügt. Das ist nicht die Art Bündnis, nach der wir suchen, Sigurd. Nein, es ist viel besser. Du ahnst ja nicht, welche Entdeckungen uns erwarten. Du sprichst an Rätseln, Bruder. Weil ich lebe, Eivor. Mein Herz brennt im Feuer der Schlacht. Wie in alten Tagen, hä? Ja, genau. Wie in alten Tagen. Erinnerst du dich an die Jagd jenseits der Nordwege? Unsere erste Beute war ein stattlicher Zehnänder. Wir haben ihn zusammen erlegt. Unsere Pfeile waren wie fliegende Eiszapfen. Wir hatten scharfe Knochen zum Häuten der Bestie. Du zur rechten, ich zur linken. Wir sprangen und schlugen zu. Wir landeten auf dem Boden wie ein gefällter Baum. Dann ein blutiger Ringkampf. Das verdammte Biest hat mich gebissen. Ich wusste gar nicht, dass Hirsche beißen. Doch ich habe seine Kehle durchspießt. Und der Lebenssaft ergoss sich auf die Erde. Das war sein Ende. Was für Geschichten ihr erzählt? Es ist nur eine von tausenden, Bassin. Es war der glorreiche Morgen unserer Leben. Du hast mir noch nicht erzählt, wer diese Folke ist. Wenn die Zeit reif ist, werde ich es tun. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt eines größeren Plans. Größer als Englerland zu erobern? Welchen Plan bräuchten wir noch? Geduld, Eivor. Geduld. Gut. Behalte deine Geheimnisse für dich. Doch wenn dieses Bündnis scheitert, kannst du sie mit ins Grab nehmen. Das Fieber wird schwinden, sobald du die Wahrheit kennst. Versprochen. Seid ihr jetzt fertig? Das habe ich mir jetzt auch zum zweiten Mal angehört. Und diesmal wusste ich auch, wie man hier direkt reinkommt. Beim letzten Mal hatte ich Probleme. So ein bisschen. Wo bist du ein? Reda sagt, man kann dir vertrauen. Ich habe hier Arbeit für dich. Äh, vorhin den Dichter zum Schweigen. Wir suchen immer nach Hilfe. Also komm jederzeit vorbei. Ich habe aber keine Lust. So. Hm, 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 hm. Da, 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 da. Dann wollen wir mal. Wieder dahin, wo wir beim letzten Mal waren. Danke. Erstmal Pfeiler aufgesammelt. Und vielleicht schaffen wir das auch dieses Mal. Unentdeckt zu bleiben, haben wir beim letzten Mal mit nämlich nicht hingekriegt. War hier was? Jo. Da. Ich sehe nichts, du Sack. Sterb. So. Danke. Rache-Botschaft. Alles klar. Das war wieder so ein Rache-Typ. Wie beim letzten Mal. Der dann aus dem Gebüsch mit dem Mal kam. Hallo, Fox. Hey, hey. Der Schwein haben wir auch beim letzten Mal geküht. Hm. Zack. Meins. So. Und das Buch gibt es da auch. Die, 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 die. Folgengarant. So. Diesmal schaffen wir das aber so. Ohne entdeckt zu werden. Da ist die Verhandlung. Äh. Da sind die. Wach hin. Wunder mit euch, ihr Affen. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Sie werden die Gefangenen gleich hinrichten. Diese Untertanen, Lady Edwins, haben ihren Schwur dem Schier gegenüber getroffen. Alles Lügen. Schweig still. Sie sind angeklagt und zweifellos schuldig, unsere gesegnete Lady Edwin verleumdet zu haben, das Volk aufgehetzt und sich zahlreicher ehrloser Taten schuldig gemacht zu haben. Pferde mit. Jeder hat nun Gelegenheit, seine Sünden zu gestehen. Wer gesteht, stirbt als Büßer. Jene, die nicht gestehen, sterben in Schande. Mhm. Hm. Sterb. Völlig ausgelöscht gleich. Verteilt euch. Steb. Diesmal will ich alle befreien. Ich leute die Glocke. So. Du bleibst hier. Was willst du vor uns? Ich leute die Glocke. Willst du gar nicht? Nur volle mich läute die Glocke. Erzähl das doch noch. Achso. Autsch. Zack. Halt mit dir. Was fängt hier ein? Oder euch. Autsch. Das überlebst du nicht. Stirb. Zack. Autsch. Na, wenn kommt. Gott liebt mich. Wow. Zack. Ja, spring doch da drüben hin, ey. Sowas hasse ich, ne? Stirb. Stirb. Nicht ich. Hol den Wohl da runter. Das ist ja schlösschen. Ohoho. Okay. Hey. Was machst du da? Autsch. Autsch. Falsche Richtung. So. Zack. und alle oder sind da noch mehr natürlich sind hier noch mehr recht um erworben ach komm steht doch alle auf dem haufen rum wo ach hey du bist ja auch noch da alle ausgelöscht nö da ist ja noch einer aua völlig verschwendet da ist noch einer schon mal gleich alle auch wederlich er will dich schon nicht heute noch mehr da so er kommt mit ich will dass wir die sachen haben deswegen nehme ich die noch einmal mit warte mal ouch ach beim letzten mal waren die noch welche da oben ist noch einer erst mal mann viel mann viel weil ich völlig rein grätschirme oder rein rase was machst du denn da bist du dumm oder so so tschüss okay das sind dann noch sachen gewesen okay ich das ist geplündert habe ich das nicht will ich nicht so dann wollen wir da auch noch mal rein erst mal freischießen so die nerven alle ey hier war doch noch ein schlüssel warum habe ich dumm warum habe ich dumm weil es den jetzt nicht mitgenommen egal passiert warte mal wo war der ich das doof wo war der schlüssel da ne oder war das nur der brief nur der brief da war der schlüssel boy und die rennen einem voll im weg rum warum hört das sich eigentlich so an dass man ob man durchs gebüsch rennt und so naja ich bin aus dem weg eins so totstellen zack meins geht doch da weg meine fresse ey das ist so richtig nervig wenn die also doof im weg rumstehen wie bin ich hier reingekommen stimmt so da war noch auch noch was ich glaube dann bin ich fertig äh zeig ja okay warum rennen die eigentlich alle verteilt rum warte mal der hatte doch was ne der hier kam nicht richtig in der erde das spiel gerade alles einzusammeln weiße maske okay so was war's denn hier dort können wir uns in ruhe unterhalten wir haben jahrelang an der seite des verschlagenen aldermanns gekämpft nun will uns seine witwe an den kragen aha ja seit gesegnet Dank euch kann ich es Lady Edwin mit Blut heimzahlen. Ich bin Tarn Holt. Lebt Gettrick noch? Er ist in Buckingham und Wohlauf. Guter Tarn, wir stehen an eurer Seite. Auf dass dieses Land in Händen jener bleibt, die Mercia lieben. Egal ob Sachsen oder Dänen. Gott weiß, eher gebe ich meine Tochter einem Dänen zur Frau, als einem Mann aus West-Sex auch nur eines meiner Schweine zu verkaufen. Wenn Gettrick hinter dir steht, tue ich es auch. Es heißt, du kennst eine heilige Frau, Fulke. Wo können wir sie finden? Halten wir uns nicht mit dieser Fulke auf. Edwin ist unser Ziel. Fulke bewahrt ein Geheimnis, das den Verlauf dieses Kampfes beeinflussen könnte. Ohne sie kann ich meinen Zweck nicht erfüllen. Fulke, die Verrückte? Wie verrückt sie auch sein mag, mein Bruder wünscht sie zu treffen. Je eher du das einrichten kannst, desto schneller endet dieser Krieg. Ihr müsst verstehen. Fulke ist eine Ketzerin. Sie sät vergiftetes Wissen und ist eine Feindin der Kirche. Sie behauptet, sie hätte Gott gesehen oder mit ihm gesprochen. Lady Edwin ließ sie verhaften. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Vermutlich in einem Kloster. Wir überprüfen das. Sigurd, sollten wir Gettrick nicht berichten, was ihr vorgefallen ist? Sprich du mit ihm. Wir müssen uns beeilen. Fulkes Leben könnte in Gefahr sein. Wir riskieren alles, was wir hier erreicht haben, wegen dieser Frau zu verlieren. Vertrau mir, Eivor. Fulke ist wichtig. Das wirst du schon bald verstehen. Das hoffe ich. Wir haben ein Lager östlich von Linford. Es ist ein alter Hafen an der großen Use. Wir treffen uns dort. Wir Tane werden eine Fürth aufstellen und euch helfen, Edwin zu stürzen. Koste es, was es wolle. Berichte Gettrick davon und sag ihm, dass wir bereit sind, wenn er ruft. Wir werden jeden Mann brauchen. Okay, dann macht das mal. Wenn der Bruder wüsste, dass wir mit seiner Alten geschlafen haben, ne? Ich glaube, dann wäre er nicht so. Dann wäre er ein bisschen sauer. Naja. Ich gehe jetzt das Buch des Wissens da hinten noch holen. Ja. Machen wir mal. Creo vor Umgeräten. Alles klar. Hm. Na komm hierher. Hat mich gesehen. Sonst hätte es geklappt. Den richtig schön. Mit auszulöschen. Wo will der Typ da hinten eigentlich hin? Ach komm, soll er doch. Kai ist manchmal echt dumm. Und das ist nicht gerade wenig. Sondern sehr dumm. Naja, was will man machen? Ochsen im Vorrat. Dö, 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 dö. Dö, dö. Neuer Hafen. Mampi, Mampi. So, Heilung, Heilung. So. Hier ist irgendwo. Blablabla, 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 machen. Ah ja. Wow. War ich nicht. Mich hasse. Dieser hasse ich, ne? Autsch. Autsch. Sack. Ich krieg ja auch noch. Komm hier. Bist du behindert? Warum haust du mich so weit zurück immer? Autsch. Zack. Will ich nicht. Christus wird dir gar nicht beistehen. Zack. War ich nicht. Na, komm hierher. Ja. Klar. Sowas ist immer echt merkwürdig, dass die dich trotzdem treffen. Was machst du da, du Penner? Hey. Autsch. Autsch. Genau, ich hab getroffen, aber nein. Hab ich nicht. Wow. Renn doch da raus, dumme Kuh. Du kannst nicht ewig fliehen. Aha. War ich nicht. Du siehst mich da hinten noch gar nicht. Ich den von hier? Nö. Na, komm her. War ich nicht. Ach ja, der Schlüssel war ja hier drin. Warte mal. Hm. Tschüss. Falsche Richtung. Warum? So. Einmal da rein. Äh. Zack. Machen wir kurz hoch. Die, 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 die. Ach komm. So. Weiß ich halt alles vom letzten Mal jetzt. Also von gestern. Zack. Hier noch. Gehen wir mal. Werte Richtung. Gehen wir mal runter. Weiß gar nicht, wie viel ich davon schon hab. Ah. Wir stehen draußen, aber kriegen das anscheinend mit. Gehen wir mal runter. Hallo. Warum machen wir das so? Los. Hallo. Hey, das ist manchmal so nervig. Wenn das nicht reagieren will. So wie du willst. Und die wohnen sich auch draußen, ne? Ich muss wachsam sein. Was musst du? Was soll sein? Naja. So. Sterb. Sterbt doch, ihr beiden Ey, diese Leute, die jetzt sich mal verziehen, ne Ach, kommt er Ihr wollt auf die Fresse Ihr könnt's haben Autsch Du sollst auf die Fresse kriegen, nicht ich Ich hasse das, ne Verreck Meine Güte, ey Ich sowas hasse Du auch Sterb Ach, hi Wer bist du denn? Tja Wo ist der andere jetzt hin? Keine Ahnung Aber der, der will auf die Fresse Aha Sterb Hm Ach guck mal Hi Na du Schon mal gestorben? Ne, ne? Aber jetzt Noch mehr Wahrscheinlich so So Meins Meins Okay Zack Ah, meine Güte Natürlich liegt da nix rum Ähm Ja Da Da Und da Und da Zack Und Zack Habt' ich Ein paar Blitz Mal Mal schauen Da hinten ist noch ein Laden Oder was? Mit einem Sperrgebiet Ist auch mal cool Mit einem Gebiet Wo ich nicht rein darf Naja Hm Der andere war hier Hallo Hallo Sieh dich an Du siehst aus wie ein ausgestopfter Biber Was für einen Streit suchst du denn? Ich beobachte nur, dass du schwächlich bist wie ein Spatz Und das würde ich gerne in Ferse verpacken Ein Spottstreit Du weißt Bescheid Mann, der sieht aus wie ein Affenbeglatze Ich stelle mich dir Schau mir mal Hier ist mein Einsatz Dann wollen wir mal loslegen Ich hoffe, du bist bereit Ich bin stark wie ein Drache Du fürchtest dich schon Du bist stark wie eine Made Und du erntest nur Hohn Du blöckst wie ein Lamm Wie ich es erwartet hatte Ich verbreit' so viel Angst Selbst den Bären wird fahl Nur dein Haupthaar erschrak Deshalb bist du ganz kahl Schön Ich hab Mut wie ein Löwe Bin stark wie ein Pferd Und so klug wie ein Esel Der Rede nicht wert Der war wahrlich gut Lass mich letztlich dir sagen Du wehnst dich ein Biest Doch du bist nur ein Großkotz Der manchmal laut niest Ei, dein Geist ist scharf wie Adlerclown Du hast dir diesen Gewinn verdient Sehr gut Eins haben wir verkackt Aber die restlichen beiden Haben wir richtig gehabt Sehr schön Hoch der Stämmige Was? 400 Sehr schön Ähm, ein Junge Wikinger ist da unten noch Machen wir mal gucken Wie wir den da haben Beim letzten Mal war das Keine Ahnung was für einer Ist hier noch was drin? Hm, immer diese ganzen Briefe. Und natürlich plündern. Passt schon. Hallo. Wie bist du? Diese Rüstung, ey. Wenn ich an deiner Seite kämpfen darf. Was ich einmal gucken wollte ist... Ähm... Ich hab... Düstersatz ist das. Mhm. Das ist dieses Düsterpaket. Ist halt so ein Geisterwolf mit bei, ne? Fav... Fav... Waffa. Feinreitier. Okay. Oder diese ganzen Packs, ne? So, gut. Da, da, da. Sammeln hab ich gerade nicht so die Lust. Das ist so schwer. Wir haben hier noch was. London. wo wir nicht mal einen flugpunkt haben 160 sollten wir eigentlich schaffen schon ne und das war 340 da haben wir noch einen flugpunkt da da müssen wir aber hin deswegen würde ich sagen ich werde auch sagen ich bin gleich wieder da machen noch weiter ich werde daraus halt doppelfolge machen aber ich muss ganz kurz das machen ist gleich so da bin ich wieder ja ich würde sagen dass wir direkt mal zu der quest gehen ja ok und die dann halt mal abgeben da kommst du mir hinterher ja alles klar bin manchmal so sehr bekloppt warum weg nutzt man über rüberspringen kann keine soldaten weit und breit der dreck hat sich um sie gekümmert ist gut ausgerüstet so viel steht fest das war ein guter fang bursche und ein ziemlich blutiger ölkrüge roten pfeile tierfutter nimm alles mit was uns nützen kann verbrenn den rest gedrick evo leben die tane noch jeder einzelne sie stellen gerade eine fürd aus fähigen männern zusammen sie stehen an deiner seite gedrick wir brauchen jeden speer und schürhaken wenn wir edwin stürzen wollen und du und dein bruder steht ihr noch an meiner seite mir gefällt eine direkte art gedrick meine axt und die meines bruders gehören dir edwin hat sich in ihrer feste verschanzt sie erwartet weitere männer und vorräte verflucht sei sie wo sind dein bruder und sein seltsamer freund sie suchen weiter nach dieser frau fulke er scheint zu glauben dass sie uns im kampf gegen edwin helfen kann ich verstehe bloß nicht wie tu was du tun musste ich bereite die männer die ich habe auf den kampf vor ich eile zur feste kühne bälle und stelle die fürd für den angriff auf edwin spork ist stark und gut gesichert kann ich irgendwas tun um ihren griff um den schier zu lockern oder um ihr angst einzujagen ein guter gedanke du kannst ihre fahnträger dezimieren falls du welche siehst und meine führt vor angriffen schützen wir haben einige ihre vorräte gestohlen solltest du mehr dinge wie diese finden vernichte sie das werde ich wenn du bereit für den kampf bist such mich im lager bei der feste kühne bälle auf ok das haben wir dann erledigt mehrere questen angenommen gucken wir mal äh pelgerreise unter graben schwäche lady edwin indem du ja versorgungskriter vernichtet ok hm 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 was ist die quest eigentlich ok da war das noch der zu schwer ist auf jeden fall ist das wieder ein gebiet wo wir noch nicht drin waren ich habe so ein foto gemacht ja das ist wahrscheinlich mit ihm sprechen ne ach das ziegel muss ich finden ok wo ist denn das ja wahrscheinlich wieder völlig blind und habe schon dran vorbeigeguckt also eigentlich wie immer was ja nichts neues ist hm 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 Was ist denn diese dämliche Aufgabe? Oder wird die noch nicht angezeigt? Das kann auch sein. In der Abtei. Das ist aber hier ein Oxenlashier. Achso, hier ist das. Ah, okay. Wow, völlig übersehen. Ja, dann gehen wir mal gucken. Ja, dann gehen wir mal gucken.